Herzlich Willkommen zu Civilization 6 und vielleicht begrüße ich euch das letzte Mal mit Vietnam und Batrio in unserem Liedermarathon. Ja, das könnte durchaus möglich sein, dass es die letzte Folge ist und wir sind fälschlicherweise, also nein, richtigerweise jetzt in Folge 28. Fälschlicherweise habe ich das für die letzte Folge schon ankündigt gehabt, da war es dann aber Folge 27. Nein, jetzt sind wir in Folge 28 und das Spiel geht in die ganz, ganz spannende Phase. Also hier sagt man zum Spiel 9 Runden und wir haben den Kultursieg und hier unten in 9 Runden ist die Freistaute fertig. Das wiederum bringt uns 4 Diplomatie-Sieg Punkte und wir haben derzeit 16 Punkte. Das heißt, auch in 9 Runden hätten wir den Diplomatie-Sieg. Die KI wehrt sich mit aller Macht dagegen. Hier, Javerman, Abkommen aushandeln. Offene Grenzen wollen wir gerne mit dir haben. Einmalig 14. Na, das sieht auch gut aus. Die bezahlen wir. Und schon haben wir wieder ein bisschen mehr Tourismus aus dem guten Khmer-Reich. Die tatsächlich ein bisschen darunter leiden, dass wir hier ein goldenes Zeitalter haben. Und auch nicht nur die leiden darunter, sondern auch England mit zwei Städten. Und, ja gut, die Griechen, die können sich interessanterweise halten. Also, wir sehen, es läuft. Wir kommen voran und wir driften in die richtige Bahnen. So, wir hatten nochmal hier oben ein kleines Projekt gestartet mit einem Nationalpark. Da ist aber ein Gebirgstunnel. Den versuche ich jetzt hier abzureißen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Und dann können wir hoffentlich hier oben auch noch einen Nationalpark bauen. Ansonsten haben wir noch einen Geologen unterwegs, der hier nochmal versucht, ein paar Schätze auszugraben. Auch das sollte nochmal die Kultur steigern. Ansonsten machen wir Projekte, wir bauen noch ein paar Sachen. Wir sind eigentlich gut dabei. Ich würde sagen, wir vergeuden nicht so viel Zeit. Wir starten gleich rein. Ich bin gespannt, ob wir es wirklich innerhalb der nächsten neun Runden schaffen. Und ob es noch irgendwas dazwischen kommt, wie der Krieg mit den Khmer in der vorletzten Folge. Das war schon sehr, sehr spannend. Ja, ansonsten, Wissenschaft, wir können nochmal gucken. Gar kein Thema, absolut nicht problematisch. Auch Religion, absolut unproblematisch. Punkte und so weiter, ist egal. Herrschaftssieg, auch nicht relevant. Kultursieg ist das, was wichtig ist. Und ja, aber man hat die echt ganz schön verloren an Touristen. Das muss man auch mal sagen. Wir haben inzwischen 192 Touristen, die hier aus dem Reich der Khmer kommen. Also, das sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin gespannt. Wir haben derzeit, glaube ich, auch keine Rockband, die unterwegs ist. Wir könnten uns gleich mal wieder eine anschaffen. Die könnte uns noch ein bisschen supporten. Vielleicht wird das ja nochmal ein bisschen helfen. Ansonsten ziehen hier die Missionare fröhlich und, ja, durch die Lande. Die dürften aber eigentlich auch keine große Rolle mehr im Verlauf der Partie spielen jetzt. Ich komme wieder. Ja, auch wir haben die Roboter-Technik bekommen. Ich weiß gar nicht, wo uns das was bringt. Ich glaube, für unsere Nahkampfeinheiten. Oder müssen wir die, nee, die müssen wir, glaube ich, tatsächlich extra bauen. Egal, was wollen wir kaufen? Wir können hier noch Räucherwerk kaufen. Für Annehmlichkeiten. Warum nicht? Und Kosmetik zum Beispiel auch noch. Die Khmer bieten uns das an. Ja, ganz gerne. Klar. Wir nehmen alles, alles, was wir kriegen können. Ähm, ein paar Annehmlichkeiten, Luxusgüter für unsere Städte, Wohnraumprobleme, wissen wir. Ja. Eure Kultur hat alle bis auf eine Zivilisation überflügelt. Der Kultursieg ist in Reichweite. Das wissen wir. Was sagt er denn? Sieben Runden. Oh, jetzt geht's aber richtig schnell. Jetzt geht's aber richtig schnell. Sieben Runden sind es nur noch. Das bedeutet, wir werden den Kultursieg vorher erreichen. Eventuell. So, was geht jetzt weiter? Forschung haben wir natürlich auch noch ein bisschen offen. Unterseeboot, Kampfbomber. Ja, alles nicht so wahnsinnig spannend. Nanotechnologie, intelligentes Material. Ja, gut. Ich weiß nicht, was es hier alles noch Spannendes gibt, aber ich würde ganz gerne hier weitermachen. Das brauchen wir alles nicht so. Wir erforschen das einfach. Dann, große Persönlichkeit. Oh, plus 100% Produktion für Weltraumprojekte ist irgendwie nicht so spannend für uns. Wir passen da einfach mal. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch große Persönlichkeiten? Rekrutierung ist nicht möglich. Mal gucken, wer den bekommt. Hier ist noch Musiker und Künstler gibt es noch. Ingenieure, Händler. Oh, Campusbezirke mit plus 10 Tourismus. Den würde ich ja ganz gerne haben. Aber den werden wir jetzt auch nicht mehr kriegen. Also da sind wir schon durch. Ja, ich würde sagen, das lief doch eigentlich alles ganz, ganz gut für uns. Wir haben hier noch einen großen Künstler. Großer Musiker ist hier. Den können wir mal einsetzen. Anton, Antonin Dworak. Und der spielt aus der neunten Welt, neunten Sinfonie. Das ist ein schönes, großes Werk für uns. Wunderbar. Wieder ein bisschen mehr Tourismus für uns. Das ist auch schön. Guck mal, wie lange der hier noch unterwegs ist. Ja, der ist noch eine ganze... Oh, warte mal. Die Gebirgstunnel, ne? Schaut mal. Das geht relativ fix. So, Militärpionier. Kannst du jetzt den Gebirgstunnel... ...auch irgendwie abreißen? Hm, das wissen wir nicht, ne? Wir werden das, glaube ich, diese Runde nicht mehr erfahren. Aber wahrscheinlich nicht. Ähm, ich hab ehrlicherweise... ...muss ich gestehen, noch gar nicht in die Kommentare von, äh... ...Frank gesehen. Asche über mein Haupt. Ähm, Frank, ich hab gesehen, du hast wieder ganz fremdfleisig kommentiert. Lass mich mal ganz, ganz kurz... ...nebenbei hier in die, ähm... ...Kommentare schauen. Vielleicht hast du es mir auch schon gesagt. ...dass Militärpioniere das nicht können. Ähm, ich schau mal ganz, ganz kurz. Du hast ja wieder einen deutlich längeren Text geschrieben. Ähm, ah ja. Einmal gebaute Bergtunnel können nicht mehr abgerissen werden. Ich seh's gerade. Ähm, auf der rechten Seite wäre ein Athele möglich gewesen. Ach, da. Ja, aber da ist Hunza am Weg. Ach, du meinst hier. Ja, das wär klug gewesen. Ähm, aber... ...so klug war ich nicht. Schaut mal. Wir hätten hier was setzen können. Aber da haben wir natürlich hier die, äh... ...die Monetisierung gebaut. Klar, die könnten jetzt abreißen, aber... ...das wird wahrscheinlich auch so passieren. Ganz perfekt sind wir nicht gewesen. Wir haben natürlich ein paar Fehler gemacht. Aber wir haben vieles richtig gemacht, auf jeden Fall. Das, äh, möchte ich mal an der Stelle nochmal erwähnen. Ähm, alles richtig machen kann man vielleicht nicht, aber... ...wir haben doch einiges... ...einiges sind wir doch richtig gemacht. So. Dann, ähm... Ja, Geothermie-Kraftwerk möchte ich ganz genau nochmal bauen hier. Gibt das nicht eigentlich auch Zeitalterpunkte, dass man das baut? Ich weiß es gar nicht. Ähm... Ja, und ansonsten brauchen wir eigentlich nicht mehr viel Wohnviertel. Wohnraum brauchen wir nicht wirklich. Forschungslabor vielleicht noch. Ja, wir haben das mal Forschungslabor. Wir werden jetzt einfach noch ein paar Sachen bauen, die uns irgendwie noch offen geblieben sind. Hier die Universität. Ja, hier könnte das hier tatsächlich nochmal helfen. Ja, das sind Einheiten, die wir derzeit nichts machen können. Die würde ich ganz gerne mal... ...zum Heilen schicken hier. Könntest du auch mal heilen. Ja, das ist natürlich jetzt doof mit dem Naturforscher gewesen. Können wir uns wenigstens nochmal eine Rockband leisten? Ah, 1600 nächste Runde. Wer weiß, ob die noch zum Einsatz kommt, Freunde. Spion! Ähm, ja, in Tanglong natürlich gegen Spionage... Ah, warte mal, wir haben hier noch den... Ja, doch, gegen Spionage bitte. Hallo? Ach so, und, ähm... ...beschützt den Stadtzentrum-Bezirk? Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist das mit dem... ...mit dem Neutralisieren der Gouverneure. Apropos Neutralisieren der Gouverneure. Können wir denn eigentlich... Ja, guck mal, Pingala wieder einsetzen? Ich wollte gerade sagen, theoretisch müsste das ja auch wieder möglich sein. Und dann gehen wir einfach mal in die nächste Runde. Ja, ähm... Außerdem hat Frank übrigens noch kommentiert. Jetzt sehe ich gerade, dass der Friedensschluss mit den Gmär zwar teuer war, aber sehr, sehr sinnvoll. Ähm, das beruhigt mich ein bisschen. Ich hatte da ein bisschen bedenken, ob das wirklich so sinnvoll war. Aber, ähm... Das war dann doch wichtig, dass wir das gemacht haben. Das beruhigt mich. Ähm... Er hat dann auch den Tipp gegeben, das habe ich nämlich schon gelesen, dass man eben nochmal den... ...äh, die Freundschaft wieder aufbaut, beziehungsweise offene Grenzen vereinbart, sodass die Leute eben da auch mal durchreisen können. So, wir hatten irgendwo anders noch mal Platz. Da, in Argos. Wir schicken den gleich nochmal in eine andere Stadt. Nach Argos. Dann können wir Diamanten verkaufen. Boah. Und Baumwolle. Na klar, machen wir doch gleich direkt. An die Sulu-Eurekultursiegelstift, bevor noch sieben Runden. Also das hat sich jetzt gerade nicht verändert. Aber es ist jetzt relativ stabil, das muss man auch dazu sagen. In sieben Runden auch die freie Stator. Äh, Einkaufszentrum natürlich. Wir wollen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Tourismus generieren. Wie auch immer wir das hinkriegen. Ähm... Außenverteidigungsreparatur könnten wir vielleicht auch mal machen. Das ist nicht... Ja, doch können wir vielleicht mal machen. Ähm... Guck mal, Handwerker, bevor du gar nichts zu tun hast. Ähm... Wie wäre es nochmal mit einem paar... Skiresorts. Den hatten wir nochmal auf Pump da. Den brauchen wir jetzt nicht. Ja, das ist natürlich echt ein bisschen verloren da. Guck mal, dann bauen wir hier einfach... Keine Ahnung, eine Festung. Das ist doch auch was Schönes. Guck mal, schaut mal. Eine moderne Festung. Sieht ein bisschen aus wie ein, äh, Gefängnis. Aber gut. Ist ja immerhin auch etwas. So. Hier können wir nochmal ein Windrad setzen gleich. Das mit dem Naturvorscher ist halt wirklich ärgerlich. Dann... Wie geht's weiter? Ich wollte nochmal... Gut, Weltspiele ist auch gleich durch in zwei Runden. Da sind wir, glaube ich, tatsächlich führender. Da kriegen wir auch nochmal zwei Tourismus für jeden Campus und einen Diplomatiesiegpunkt. Das ist auch nochmal eine schöne Sache. Ähm, genau. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall noch den, äh, die Rockband kaufen. Ja, und Frank greift übrigens in seinem Kommentar auch nochmal ein ganz tolles Thema auf. Und zwar, äh, wäre die Freiheitsstatue jetzt ja direkt, direkt fertig wie unser Kultursieg. Und er hat tatsächlich recht, ich würde es jetzt ungern irgendwie... Also ich würde es nicht so schön finden, wenn wir es tatsächlich durch Diplomatie gewinnen. Sondern Fans tatsächlich schöner, wenn wir, ähm, wir nehmen Gorgo. Oh, antikes Artefakt. Ähm, wenn wir durch, durch, ich sag schon, durch den Kultursieg gewinnen. Weil das wäre irgendwie das, worauf wir die ganze Zeit gearbeitet haben. Jetzt am Ende durch Diplomatie zu gewinnen, wäre irgendwie ein bisschen schade. Aber das sollten wir eigentlich hinbekommen. Also eigentlich in Anführungszeichen. So, fremde Stadt gewinnt Unabhängigkeit. Mal wieder hier. Und auch Birmingham sollte gleich in Unabhängigkeit fallen. Das wird natürlich auch Einfluss auf alle anderen Städte tun. Ich denke nie an die Zukunft. Sie kommt schon früh genug. So, wir haben eine Zukunftsausrichtung. Gibt Gouverneurtitel und, äh, 50 Diplomatische Gunst. Hier wollen wir, glaube ich, nichts ändern. Das haben wir alles gemacht. Wir werden das auch weiter erforschen. Den, äh, Gouverneurtitel holen wir uns natürlich nochmal. Da können wir... Tja, was haben wir hier noch? Hafenmeister. Ähm. Das wäre natürlich auch nochmal schön mit dem, mit dem Goldbonus hier. Ähm, ja, Puppenspieler. Das ist natürlich auch nochmal krass. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Machen wir einfach mal. So, Gewürze. An Shaka natürlich. So, die Rockwind ist natürlich wieder, ähm, auf dem Weg hierhin. Wir können die auch jetzt schon... Ne, das geht nicht mehr. Wir haben nicht die zusätzliche Bewegung. Rivalisierende Pantheons. Nehmen wir natürlich. Und die Beförderung. Ähm, Wundergelände feddern. Okay. Das mit der... Wir nehmen das mal mit der Fortbewegung. Das ist ein bisschen schneller. Das ist auch okay. So, glauben wir können Apostel kaufen. Das lassen wir. Kultursieg ist in Reichweite. Das wissen wir. Wir haben ja noch... Jetzt wieder neun Runden. Es ist stagnierend. Ich glaube, wir nehmen dann im Zweifel tatsächlich den, äh, den Diplomatie-Sieg. Ähm, die KI hat uns da sozusagen den Weg bereitet dafür. Hier nehmen wir weiter die Zukunftstechnologie. Da machen wir nichts weiter. Das ist in Ordnung. Und hier möchte ich ganz gerne nochmal ein Chirisor errichten. Wir sollten das tatsächlich einfach nutzen, dass wir es können. Genau. Hier haben wir noch ein Windrad. Da haben wir das auch. Und, äh, ja, wir können natürlich Theaterplatz-Festivals machen. Wäre wahrscheinlich vielleicht sogar eine ganz gute Alternative. Ähm, ich sehe sonst auch weiter keine Gebäude, die wir irgendwie bauen wollen. Ähm, dauert vier Runden. Dreh uns vielleicht ein bisschen was. So. Du bist ausgeheilt. Das ist wunderbar. Du bist auch ausgeheilt. Das ist ja noch wunderbarer. Dann kann ich dich hier auch mal heilen. Und schon haben wir alle wieder zusammen. Wie sieht es hier in Argos aus? Ähm, Musikwerk-Ausstellung. Ja, gerne. Sehr schön. Nochmal ein Musikwerk. Auch das gibt uns nochmal eine ganze Menge Tourismus 2098 jetzt. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, ihr könnt unterstehen bleiben. Ach, das mit dem Militärpionier finde ich wirklich doof. Ähm. Der kann auch einen Gewürgstunnel machen. Ja, gut. Na, komm. Dann macht das einfach. Das gibt nochmal zwei Zeitartepunkte, die wir sonst nicht abgreifen würden. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich einen gebaut habe, gefühlt. So, haben wir den Wesen mal ein bisschen eingesetzt. Und, na gut. Dann geht's weiter in die nächste Runde. Oh, wir haben nochmal einen Wunderbau. Basilius-Kathedrale. So, ganz kurz vor Schluss nochmal der Bau eines Weltwunders. Ähm. Wer hat den denn gebaut? Gorgo. Okay. In Runde 296. Wahnsinnig lange Partie übrigens an der Stelle. Ähm. Wir hatten deutlich kürzere schon in der Vergangenheit. So, das ist immer mit dieser Reichweite. Bologna wurde besiegt. Okay, das gibt natürlich ein paar Suzeren-Änderungen. Das sehen wir jetzt gleich hier. Oh, vier Runden nur noch. Das ging jetzt aber doch ganz schön fix. Ähm. Wir könnten nochmal jetzt... Ja, wir machen das natürlich. Also einmal wollen wir ja Suzeren in Jerusalem sein. Und, äh. Ja, gut. Wir könnten uns da, aber da kommen wir nicht ganz ran. Dann lassen wir es erstmal mit dem Platzieren der Gesandten. So. Oh, können wir noch mehr von den, ähm. Also hier haben wir noch die Möglichkeit, ein... Skiort zu bauen. Dann bauen wir doch da gleich noch eins. Machen wir eine ganze Alpenskilandschaft hier. Ja, gut. Wir können die auch einfach mal zur Ruhe setzen. Diese Kriege hier. So, dann lass uns mal hier gleich mal den ersten, äh, Campus nehmen. Und dann mal ein Rockkonzert spielen. Das ist natürlich jetzt mit dem Auftritten der Band. Das kann schnell vorbei sein. Ja, ist es auch tatsächlich. Und das war auch wirklich komplett schlecht. Alternde Rocker. Also manchmal lohnt sich das halt wirklich gar nicht. War aber auch wirklich schlechte, äh, Beförderung. Dementsprechend kann das mal sein. So, jetzt hat das richtig viel Tourismus gebracht in der Runde. Das hat nochmal einen richtigen Boost gebracht. Vier und fünf. Wir sind auf jeden Fall eine Runde vor dem... Vor der KI. So, wir nehmen uns natürlich hier auch nochmal ein Artefakt. Und nehmen das... Oh, von Shaka. Langschwert. Oh, schönes Mittelalter-Artefakt. Ja, cool. Gibt uns auch nochmal wieder Tourismus. Schon sind wir bei 2116. Wahnsinn. Ich glaube, so große Werte hatte ich noch nie. Äh, rein punktemäßig. Bin hier auch mal gespannt, was es am Ende dann wird. Mal gucken. So. Ihr könnt nicht unsere Kulturgeschichte blinder, bitte verlassen, unser Land. Äh, ja, machen wir. Machen wir. Es tut mir leid. Böse, böse. Vietnamesen. Mal gucken, ob wir es noch vor Runde 300 schaffen. Da bin ich auch mal gespannt. Gleich 297 und vielleicht schon der Sieg. Es ging jetzt relativ fix gerade. Es kam jetzt gerade so eine richtige Touristenwelle. In unser Land. Ähm. So. Der Wettkampf ist abgeschlossen. 50 Diplomatische Gunst. Und wir bekommen tatsächlich zwei Tourismus. Für jeden Campus. Das ist natürlich eine coole Sache. Das gibt uns auch noch mal ein bisschen mehr. Ein Diplomatiesiegpunkt. Und dann haben wir deren Netz 17. Das sehen wir jetzt auch hier. Und wir haben in drei Runden gewonnen, Freunde. Und auch in der Diplomatie sehen wir 17 von 20 Punkte. Und guck mal, wie das runtergegangen ist. Also krass, wie wir den dann doch irgendwann an einem gewissen Punkt übertrumpft haben. Und das hat wirklich gedauert. Aber es hat sich nun mal richtig gelohnt, das durchzuziehen. Ja, hier haben wir schon alles gebaut, ne? Da ist auch gar nichts mehr, was wir jetzt bauen können. Was gibt es denn hier noch? Irgendwelche spannenden Sachen. Äh. Coolen Stoffrückgewinnung. Manhattan Project. Nein, das brauchen wir jetzt nicht. Theaterplatzfestival. Das finde ich noch ganz nett. So, in Sheffields haben wir bestimmt nochmal ein... Ach, guck mal, da können wir noch ein Zoo bauen. Cool. Aquarium. Dauert 21 Runden, aber bauen wir natürlich gerne. Ich bin sehr gespannt, ähm, dass wir das jetzt hier noch geschafft haben. Finde ich schon irgendwie sehr, sehr cool. Haben wir noch irgendwo... Jetzt müssen wir sowieso mal große Werke ansehen. Wir haben jetzt noch Plätze für Produkte natürlich. Das hätten wir auch machen können. Fällt mir gerade ein. Wir haben hier noch einen Platz für ein Kunstwerk. Das ist im Kunstmuseum in Konkong. Und hier im Kunstmuseum in Sheffield haben wir auch Plätze. Wo? Ach so, und das ist ein Schriftsteller, ne? Kein Künstler. Ah ja, okay. Schriftsteller haben wir natürlich nicht mehr. Ja, dann ist das auch egal. Dann kann der da auch stehen bleiben. Handwerker. Ähm, einmal bitte dahin. Wir wollen, äh... Noch ein Skiresort. Ah, ich sehe gerade. Man kann hier anscheinend auch nur jedes zweite Feld nehmen. Cool. Also nicht direkt zwei nebeneinander bauen. Auch gut zu wissen. Kann ja eigentlich auch nochmal dahin. So, und du möchtest, dass wir nicht weiter Sachen von dir ausgraben. Tut mir leid, aber die sind so nah dran und ich möchte eigentlich ganz gerne. Wir nehmen auch das von Gorgo. Guck mal, eine mittelalter Ritterrüstung. Schön. 2.179 Tourismus. Und... Ah, noch drei Runden. Nächste Runde schaffen wir es vielleicht noch nicht, aber die übernächste vielleicht. Schon. Dann schaffen wir es tatsächlich noch vor Runde 300. Ist das die Möglichkeit. So, äh, fremde Stadt gewinnt Unabhängigkeit. Das ist jetzt Birmingham wahrscheinlich. Ja, auch Birmingham. Und das hat natürlich massive Auswirkungen hier auf diese Städte. Da bin ich ja sehr gespannt, zu wem die hier rebelliert. Zu England, glaube ich. Und jetzt kommt ein Weltkongress. Ja, das ist natürlich jetzt nochmal interessant. Äh, wir haben 17 Punkte. Wir könnten jetzt einfach gegen uns stimmen, aber jetzt ist es mir egal. Wir nehmen einfach das, was wir gut finden. Handelswirke an den gewählten Spieler gewähren, dem Absender, plus vier Gold. Wir bekommen eine Handelskapazität. Wir nehmen natürlich uns. Ähm. Die Massenvernichtungswaffen aller Spieler werden auf den Wert des Zielspielers gesetzt. Der Zielspieler verliert alle Massenvernichtungswaffen. Oh, krass. Äh, ich weiß gar nicht. Gibt es Massenvernichtungswaffen? Für wen wird denn hier gestimmt? Wir nehmen aber einfach mal Jarrahman. Ich weiß nicht mal, ob der welche hat. Und, äh, ja, wir wollen natürlich zwei Diplomatie-Siegpunkte erhalten, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir welche bekommen. Das wäre schon sehr krass. Und, äh, Klimaabkommen. Ja, das nehmen wir natürlich auch mit. Ja. Wir können hier auch nochmal mehr für den stimmen und hier nochmal eine zweite Stimme einsetzen. Wir werden aber nicht dadurch gewinnen, oder? Das wäre auch krass. Wenn wir jetzt dadurch gewinnen würden, der kommt jetzt ein bisschen zu früh. Handelswege an den gewählten Spieler gewähren, ja, 800 plus 4 Gold. Der gewählte Spieler, die Handelswege, das wurde angenommen. Oh, wir hätten auch den Wert des Zielspielers gesetzt. Da wurden wir überstimmt. Wir verlieren zwei Diplomatie-Siegpunkte. Und das dürfte uns jetzt, ich weiß gar nicht. Ähm, wir müssen es mal gucken. Können weiter einen Handelsweg erstellen. Das ist gut. Den können wir dann nochmal in Richtung, ähm, Was können wir eigentlich mal kaufen? Kong Kong, einmal bitte Händler kaufen. So, minus ein Diplomatisie-Punkt haben wir bekommen aus der ganzen Nummer. Dann sind wir wieder bei 16. Das ist ja schon mal ganz gut. Und bei der Kultur sind es jetzt wieder drei, noch drei Runden. Allerdings ist das, glaube ich, noch der Wert von vorher, ja. Okay, das hat jetzt auf jeden Fall nicht sehr viel gebracht. So, dann, äh, Händler wurde gekauft. Das passt. Wir bauen den Hangar. Ich habe Lust, den Hangar zu bauen. Dann ein Schutzgebiet. Ne, ich glaube, das ist jetzt du, ich. Wir werden hier einfach auch, ähm, Oh, wir bauen nochmal ein neues Produkt. Klar, nochmal ein neues Produkt. Und da bitte das Einkaufszentrum. Und, ja, dann haben wir es eigentlich auch. Dann können wir die auch ausruhen lassen. Hier das weitermachen. Ja, den können wir auch ausruhen lassen. Okay, so, 916 Gold. 2050. Oh, wir können uns schon mal wieder eine Rockband leisten. Die möchte ich jetzt gerne nochmal haben. Auf die alten Tage. Drei Runden hier, drei Runden da. Was kommt zuerst? Es bleibt weiter spannend. 2230 Tourismus inzwischen. Ich würde auch fast sagen, dass wir wirklich unaufhaltsam sind. Was das angeht. Ich denke nicht, dass da noch irgendwas passiert in die Richtung. Ah, es ist noch mal ne Runde Es bewegt sich noch mal ein bisschen was Alle warten und bewegen sich Es wurde auch noch mal Ein Jerusalem hat Chaka den Krieg erklärt Es wurde auch noch mal ein Krieg erklärt Und wir haben noch mal Suzeren-Status verloren Es gab auch noch mal ne abgeschwächte Flut Viele diskutieren mit dem genauen Beginn der Zukunft Aber jeder weiß, dass die Entdeckung Intelligenten Materials durch Vietnam der Anfang war Es steigt von der Erde in den Himmel auf Und dann sinkt es wieder zur Erde hinab Und erhält die Kraft von allen Dingen Ob überlegen oder unterlegen Man kann die Zukunft niemals gemäß der Vergangenheit planen Und das haben wir auch gemacht Politiken brauchen wir nicht ändern Alles gut Wir haben Beförderung der Rockband Ja, du gehst mal hier hin und dann einfach schauen Die heiligen Fragen Und Ja, wir nehmen das mit dem Naturwohnen und den Nationalparks Der hat ja zumindest einen Das wissen wir ja Jetzt muss ich mal gucken, wo der eigentlich war Hatte der nicht sogar? Der hatte doch irgendwo einen Nationalpark Hier, da ist der Nationalpark, schaut mal Dann können wir den gleich mal da hinschicken Der wird wahrscheinlich nicht mehr da hinkommen So Äh, noch eine Runde Dann haben wir es geschafft In der nächsten Runde vielleicht der Sieg Das wäre schon wahnsinnig Cool So, dann, äh Je U's auf 16 Hallo Ne, wir wollen gerne zu Zerreen bleiben Prognose-Systeme Ja, finde ich auch gut Offshore-Wennparks Ja, und dann nehmen wir natürlich wieder die Zukunftstechnologien Klar So, dann Produktion aus Quangtree Ein Forschungslabor Oh, wir haben nochmal eine große Persönlichkeit Einen großen Künstler Oh, schön Wassily Kandinsky Ja, und den können wir doch tatsächlich nochmal einsetzen Hier haben wir noch einen Platz frei Das gibt dann sogar nochmal einen großen Wert Hat sogar Eine Landschaft, ein Porträt und noch eine Landschaft Ach, schön Ach, schaut mal Das ist sogar ein Bild, was man irgendwie erkennt Also, ich hab das schon mal gesehen Auf jeden Fall Cool Noch mehr Tourismus Wir können nicht genug davon haben Ja, und hier wissen wir inzwischen wirklich fast nicht mal, was wir bauen Wir wollten noch einen Tarn bauen Hier, schaut mal Eigentlich wollten wir den hier anbauen Den haben wir dahin gebaut Ähm Wir können den auch noch ausbauen Bauen wir die Kaserne Den Kouverneurtitel haben wir auch noch Ähm Ja, wir nehmen, glaube ich, nochmal Das hier Dass wir uns Geld und Energie bekommen Und den Händler schicken wir doch ganz auf jeden Fall hier nach Ins Land Nach Angorthom Genau, in die Hauptstadt direkt Das ist gut Dann kriegen wir da nochmal ein bisschen Tourismus Und dann Ist das jetzt der letzte Rundenwechsel Oder haben wir dann noch einen? Also, bis zur freien Statut dauert es auf jeden Fall noch zwei Runden Wir haben unseren Suzeren-Status wieder in Singapur verloren Das sollte aber eigentlich unproblematisch für uns sein Ist das der letzte Rundenwechsel bis zum Sieg oder nicht? Falls wir diese Partie beenden, dann natürlich auf jeden Fall wieder in das Google Docs Dokument gucken Spätestens bis zum Anfang des neuen Let's Plays Also, bis zur neuen Runde Werte ich das Dokument dann aktualisiert haben Das heißt, ihr werdet dann da drin auch wieder gespoilert Aber auch für alle, die es interessiert Ich werde dann natürlich die Spielseeds Für diese Partie hier einfügen Das habe ich für die ersten drei Partien auch gemacht Machen wir natürlich jetzt auch Sprich Ja, und wir haben's, oder? Wir haben den Tuls-Husik Wir sind drüber 775 von 768 Ich glaube, wir haben's, oder? Wir sind dominanter als die Kultur Kmerz Wir haben hier den Suzeren-Status verloren Das gefällt uns natürlich nicht Jetzt kurz vor Schluss noch Aber ich glaube, wir haben's, oder? Ich glaube, nur noch den Rundenwechsel Und wir haben gewonnen Fragezeichen Würde mich natürlich jetzt mal interessieren Ob das jetzt wirklich so ist Komm, wir wechseln mit dir nochmal in eine andere Stadt Wir wollen das hier ganz, ganz Solide zu Ende spielen Der nicht hier unten auch noch irgendwo steht, ne? Ja, da ist eigentlich nicht Der kann auch verschanzen Und dann müssten wir jetzt eigentlich gewonnen haben Das Problem ist natürlich hier Freistart in einer Runde fertig Wenn wir nicht dadurch gewinnen, dann dadurch Aber ich glaube, wir haben's, oder? Ich müsste doch jetzt eigentlich Eigentlich Und da haben wir's Was für eine Partie Und da nochmal vielen, vielen Dank an die Kmer Die Kmer werden jetzt einen Ehrenplatz bekommen An der Tafel der ehrwürdigen Gegner Neben den Römern Die wir schon mal Die und mich schon mal zur Weisheit gebracht haben Verdienen sich auch die Kmer jetzt einen Platz an meiner Tafel Ich bin gespannt, welche Nationen und Zivilisationen Uns auf unserem Niedermarathon noch begegnen werden Die wir uns zu Weißglut bringen können Die Kmer ein sehr, sehr ehrwürdiger Gegner Und ich bin absolut begeistert So, wir haben das mit 1462 Punkten Auf Platz 9 geschafft Auf der Auf der Stufe sind wir Das ist doch okay Da kann man mit leben Ansonsten Was natürlich nochmal interessant wäre Wären die Diagramme Da gerade mal Richtung Was haben wir jetzt hier für ein Output? Bezirke gebaut Das ist vielleicht nicht ganz interessant Tourismus würde ich mal Gibt es hier sowas wie Tourismus? Zahl der Revan Wissenschaft Gute Spielerkultur Können wir vielleicht mal sehen Ähm Und schaut mal Was wir hier Hier haben wir einen riesigen Sprung gemacht Also da haben wir richtig Und ab da ging es dann Ging es dann für Wir haben Hier waren wir immer hinterher Immer Hinten dran Die Kmer waren uns immer voraus Die Kurve geht auch einfach Also wir haben später angefangen Und sind dann auf Später weiter gestiegen Wahnsinnig interessant Da hat er seinen großen Sprung gemacht Und danach eigentlich nicht mehr So wahnsinnig viel gut gemacht England hatte zwischendurch Nochmal einen richtigen Knick Die waren auch dann Zwischenzeitlich nochmal gefährlich Aber Schaut mal hier Also das ist krass Wir hatten glaube ich irgendwann Ich weiß nicht ob das unsere krasse Rockband war hier Aber irgendwas hat uns so richtig Richtig Äh Drüber gebracht Ich glaube das war dann der Kriegsknick Irgendwie so Schon sehr interessant Es gibt hier noch Spannendes Ähm Spieler Gold Glaube Zeit ist der Punkte Okay das andere ist nicht ganz so spannend Ja gut Das andere ist nicht ganz so spannend Ja Damit haben wir die nächste Partie Gegen die KI gewonnen Auf Gottheit Sehr sehr schön Ich Komm so ein bisschen in den Lauf Würde ich sagen Die KI muss sich dann doch Ganz schön strecken Man sieht aber auch ein bisschen Bei den jetzt Partien Dass die KI Mitunter wirklich auch Schwächen hat Ähm Bei den jetzigen Partien Hat man das deutlich noch mal gesehen Ähm Ich gehe noch mal ins Spiel zurück Nur noch eine Runde Um noch mal die Runde rauszusuchen Und wir gucken uns noch mal Das Das Spielfeld an Ähm Nächste Runde Wäre dann auch der Diplomatie Sieg Jetzt glaube ich Fällig Ähm Ich weiß gar nicht Ob das jetzt Noch eine Errungenschaft gibt Wenn man beides in der gleichen Runde schafft Aber es war dann tatsächlich Runde 300 In der wir den Sieg erreicht haben Ja ich denke Das war eine runde Sache Äh wir sind im Jahr 1855 1858 nach Christus Wir sind also noch weit Vor der heutigen Zeit Ähm Ja Und ein Weiteres Kapitel Liedermarathon ist abgeschlossen Also Mit dem Live Let's Play Alexander Mit Ähm Abraham Lincoln Mit Ammanitore Mit Ambiorix Oh ist das jetzt sogar schon Spiel Nummer 4 Des Liedermarathons Äh Wahnsinn Stimmt 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 Ich kann noch mal ins Doc Dokument schauen Aber ich glaube ja Ich glaube ja Das war Tatsächlich Ähm Partie Nummer Nummer 4 Ähm Wahnsinn Wie dann doch die Zeit vergeht Hier An unserem Vorm Meer Umspülten Weltlichen Tor Soll stehen Eine mächtige Frau Mit einer Fackel Deren Flamme Der eingefangene Blitzstrahl ist Ja und wir sehen jetzt nochmal den Bau Der Freiheitsstatue Und hätten dann auch Tatsächlich Nicht nur Ähm Mit Kultur Sondern eben auch Mit Diplomatie Gewonnen Hätten nochmal ein altes Weltwunder fertiggestellt Das gäbe auch nochmal Drei Zeitleiterpunkte Und so weiter Aber das ist alles Nicht mehr so wichtig Wir haben schon gewonnen Der Kultursieg in Runde 300 Ist das was maßgeblich ist Das ist der zweite Kultursieg Nach Abraham Lincoln Damals haben wir das In Runde 230 geschafft Nur mal ganz kurz Zum Vergleich Wie viel länger Wir hier gespielt haben Ähm Am Manitore War der Wissenschaftssieg In Runde 282 Da waren wir ähnlich Lang unterwegs Am Biorex 254 Das heißt Schneller als mit Am Abraham Lincoln Waren wir noch nicht Was den Kultursieg angeht Ich bin gespannt Nächste Partie Und auch nächste Folge Wäre dann Am Freitag Mit dem Start Eines neuen Anführers Und ich glaube Wenn ich jetzt mal In die Liste gucke Das müsste Es müsste Basilius Der zweite sein Von Byzanz Den habe ich auch noch nie gespielt Auch das wird eine Premiere Ich werde also wieder Sehr viel Ähm Mich reinfinden müssen Am Anfang In die Partie Wir müssen gucken Was haben wir für Gegner Was ist Wie sieht unser Spielfeld aus Ihr kennt das Prozedere Die Hausregeln bleiben gleich Ähm Genau Die Frage ist Ob wir uns noch eine Mod Wegen dem Kultursieg Ranholen Die habe ich jetzt tatsächlich Am Ende jetzt doch nicht mehr So vermisst wie am Anfang Da fand ich Hätte ich es gut gebrauchen können Aber ich glaube Mit dem Mod Paket Mit dem wir jetzt unterwegs sind Sieht es ganz gut aus Ihr findet alles Nützliche Auch nochmal jetzt am Ende In der Videobeschreibung Das heißt Ihr findet da das Google Docs Dokument Mit allen Statistiken Wann wurde welches Weltwunder gebaut Immer so durchschnittswert Ähm Welche Stadtstaaten hatten wir In den Partien Ähm Welche Naturwunder hatten wir getan Wann wurden welche Weltwunder gebaut Ähm Welche Gegner hatten wir schon Oft und wie viel oft Ähm Wie haben wir gewonnen Durch welche Art In welcher Runde Und so weiter Und den Seed Findet ihr natürlich auch Ganz interessant Bestimmt für alle Die so Sag ich mal Civ-Nerds sind So wie ich Ähm Für uns Das ist eine super coole Statistik Wir führen die natürlich weiter Ich werde die dann Wahrscheinlich schon Ähm Ähm Ja Spätestens mit Ausstrahlung Nein Spätestens wie gesagt Mit der ersten Folge Ähm Am Freitag dann Aktualisiert haben Das heißt Ich werde die Liste Ich wende wahrscheinlich Donnerstag die Folge auf Ja mal gucken Genau Donnerstag die neue Folge auf Dann werde ich das wahrscheinlich Dann da einmal Aktualisieren Bis Donnerstag Dann ist der Seed da auch drin Und ihr könnt gerne nachspielen Und mir eure Erfahrungen Dann mitteilen Ja Am Freitag geht's weiter Neues Let's Play Ich freue mich Äh neue Partie Und bis dahin Wünsche ich euch erstmal Einen wunderschönen Weitere Wochenverlauf Guckt gerne in alle Andere Projekte rein Ich spiele derzeit Assassin's Creed Valhalla Live aufs Tütsch Die Folgen von Äh Die Folgen werden Oder die einzelnen Abschnitte Wären auch auf YouTube hochgeladen Äh Koji ist weiterhin bei Cyberpunk unterwegs Äh Und Nauru weiterhin bei Sons of the Forest Ab und zu immer mal Kleinere Gemeinschaftsprojekte Und neue Folgen Von Anno oder anderen Spielen Ähm Ixion Nicht zu vergessen Kojis Weltraum-Simulation Also wenn ihr mal Wissen wollt Wie Ixion gespielt wird Dann auch gerne mal Da reinschauen Ähm Wir freuen uns immer Über Zuschauer Über Likes Und über Kommentare Äh Followt uns gerne Auf unseren Kanälen Und ja Kommt gerne mal live vorbei Wenn wir bei Twitch Unterwegs sind Ansonsten Was kann ich noch Aufschließend sagen Ähm Theoretisch morgen Also heute Dienstag Auch wieder eine Podcast-Folge 1830 Ähm Stand jetzt Weiß ich wann und nicht Ob sie aufgenommen wurde Das heißt Ähm Ihr könnt euch vielleicht erstmal Mit den ersten Vier alten Folgen begnügen Guckt gerne mal rein Coach und ich Reden über Verschiedene Games Genres Und Alltagsprobleme Könnte man fast sagen Ähm Ist eine ganz witzige Runde Sache Geht auch nicht allzu lange So 20 bis 30 Minuten Immer Könnt ihr euch gerne mal geben Und auch da natürlich Feedback hinterlassen Wie ihr das Ganze findet Also Dann Abschließend Genug Werbung gemacht Für unseren Kanal Genug Werbung gemacht Hier für das Let's Play Wir sehen uns hoffentlich Alle am Freitag wieder Und ich bin super gespannt Wie es bei Basilius Und unserem nächsten Anführer So läuft Also bis zum nächsten Mal Es war mir wieder eine Freude Ciao Bis zum nächsten Mal s Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.